Viele wissen, dass ich auf YouTube über 1000 Videos hochgeladen habe. Viele kommen aufgrund der Videos in diesen Shop. Und ich möchte mal ein bisschen was verraten, wie es dazu gekommen ist. Ich bin ja nun kein talentierter Zeichner. Also jedenfalls sehe ich mich so und nicht und habe mich bisher so nicht gesehen. Aber ich habe eines Tages Inspiration bekommen und zwar durch dieses Buch. Dan Rome auf der Serviette erklärt. Und der Mensch betont weniger das zeichnerische Talent, sondern sagt, wenn sie Strichmännchen malen können, wenn sie Pfeile malen können und die Strichmännchen durch Pfeile verbinden können, irgendwie so ein Bewegungselement da reinbringen können, dann können sie das umsetzen, was ich in diesem Buch hier erkläre. Also es geht weniger darum, ein begnadeter Zeichner zu werden, sondern es geht darum, Ideen gut zu visualisieren. Nicht so wie mit PowerPoint, wie ich das in dem letzten Video zu diesem Buch erklärt habe, sondern in Bewegung, in Dynamik, die Dynamik von Dingen zu zeigen. Und das kann man machen, wenn man zeichnet. Und das ist sozusagen der Hintergrund, dieses Buch Dan Rome auf der Serviette erklärt. Meine Inspiration für meine mittlerweile über 1000 Videos mit meinem Grafikkablett. Hallo, ich bin Robin Good, der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020